dem schönen verdünnten schwarz in unserem scully hier und habe ich gerade scully gesagt scully und molder geiler scheiß genau machen da jetzt erstmal ein bisschen die die ganze schatten rein bringen ein bisschen mehr feeling rein dreidimensionalität schauen einfach dass irgendwie halbwegs stimmig aussieht und passt das war natürlich mit dem schönen verdünnten schwarz was wir da an der gang haben und legen da jetzt einmal grob den skall vor damit ich da einfach wieder eine bessere orientierung habe und dann wurschteln wir uns da so ein bisschen durch den ganzen kopf durch und das sollte das eigentlich ganz gut passen witzigerweise finde ich sieht man hier rechts jetzt im türkisen wasser drinnen wie da noch diese flecken sind vom letzten mal als wir am teil 2 geguckt haben habe ich das euch ja mal versucht zu zeigen das sieht man extra kraft jetzt fast noch besser und vor allem passt jetzt auch endlich wieder die belichtung muss ich nichts mehr dran herumdrehen passt auch endlich gott sei dank wir und ja da sieht man dass es da an die farbe nicht wirklich ganz angenommen hat warum auch immer ist jetzt aber hier gar nicht so schlimm am skall sieht es eher aus wie so ein bisschen unruhiges wasser als hätte ich mit absicht gemacht wenn jemand fragt dann habe ich natürlich mit absicht gemacht das ist doch normal so und genau da müssen wir einfach ein bisschen darauf achten und ansonsten gehen wir da jetzt eben einfach schön behutsam vor machen das ganze und genau ich habe jetzt mal vor kurzem eine schöne live session gehabt wo wir die schöne afrodite gemacht haben das übungsbild und hat mir richtig spaß gemacht muss ich sagen hat mir wirklich viel spaß gemacht ich hoffe euch auch waren glaube gute zwei stunden ich war ultra nervös am anfang das werde ich wahrscheinlich jetzt wenn ich das immer wieder mal macht sich ja auch noch sein am anfang das wieder doch was ganz anderes habe es ein bisschen unterschätzt aber es ist am ende des tages doch noch ein gutes übungsbild dabei rausgekommen und das ist auch die hauptsache und das soll es ja auch sein für euch also schaut euch gerne das andere wieder bock drauf habt die schöne afrodite die ich da gemacht habe mit ihren wunderschönen riesengroßen strammen augen sehr gut geworden das war so cool ich werde demnächst sicher noch eine live session raushauen vielleicht ach wenn das video erscheint vielleicht dann die woche drauf auf dem wochenende oder dann die woche später mal schauen wie ich da einfach zeitlich hinkommen aber habe ich richtig bock darauf hat mir nämlich einfach mega viel spaß gemacht diesmal sogar ein kätzchen mit ein bisschen blumen so floral mustermäßig wird sich ja auch eine coole sache also schaut da gerne rein und genau hier machen wir das wieder gehen wir zwischen die zähne überall rein beim skalum sind anschauen dass wir da dann schöne linien ziehen können das ganz wichtig natürlich sind die gar immer noch kaputt die düsen habe ich erst bekommen nachdem ich fertig war hat glaube ich drei oder vier tage gedauert war natürlich klischee die waren da ich war schon fertig aber es funktioniert trotzdem noch so halbwegs und deswegen musste ich da aber exakt einfach noch ein ticken mehr aufpassen nicht irgendwie vorher auszumalen und dann ist das schon ganz geil und so ist kalt es geht immer ich finde ich irgendwie die machen mir spaß und jetzt habe ich mir gedacht für das nächste übungsbild nehmen wir was anderes vielleicht auch ein bisschen was für die girls da draußen ein bisschen salat für die girls und genau deswegen machen wir das was mich auch mega freut das sind mega viele vom bei der live session auf aufs das gott gejoint dass mein handy fast explodiert also war richtig krass nachdem ich dann nachdem die live session durch war und ich dann endlich dann noch die pistolen gereinigt habe weil ich jetzt erst mal nächste zeit nicht so viel gebrusht habe oder auch bis jetzt nicht noch nicht gebrusht habe wahrscheinlich erst wieder beim nächsten übungsbild und die dann noch sauber gemacht habe und so und dann abends wo ich dann mal endlich fertig war ich ins bett gefläst hatte ich glaube ich ungelogen 50 neue nachrichten des gott das war schon ziemlich cool und freut mich dass ihr euch da so schön austauscht wie ihr euch da gegenseitig helft und tipps gibt und euch einfach austauscht vor allem finde ich ganz cool was sie da für bilder malt ist immer schön für andere zu sehen was die anderen denn so machen und was die für kreative ideen haben und finde ich ganz geil fällt mir gerade der nament ja muss ich mal gerade schummeln und drauf schauen und zwar ich weiß ich hier natürlich wieder mega voll ab für jascha hat schon mal einen geilen porsche gemacht das ist schon mal mega gut aber ich glaube der matteon der hat zum beispiel eine super rose gemacht da ist er gerade dran finde ich auch richtig richtig stark und genau was ich noch sagen wollte hier der marcus koch der hat hier sind richtig schönes 60 zentimeter breites kreissägeblatt keine ahnung wer das her hat das kannst du gern mal unter youtube video schreiben wenn du das siehst hat er das weiß grundiert und brachte jetzt gerade verschiedene sachen drauf was sieht auch mega mega geil aus richtig richtig coole sachen und das finde ich immer spannend also das inspiriert mich ja genauso wie meine sachen euch inspirieren und umgekehrt und das ist schon sehr sehr cool macht da richtig viel spaß sich auszutauschen also kommt da gerne rein wenn ihr das möchtet ist alles kein hexenwerk ist ja handy app oder kann man auf dem pc installieren ist also wirklich kein ding kurz anmelden und dann seid ihr da schon am start der link zu meinem discord server findet ihr übrigens in der infobox ganz unten im video wenn ihr da interesse habt so schauen wir mal wieder ein bisschen nach dem riesen ausgehole hier mal wieder ein bisschen ja aufs bild und da bin ich jetzt ein bisschen freizügiger mit dem schwarz weil ich das weiß jetzt einmal nur profilaktisch so bisschen vorgelegt habe damit hier ein bisschen an hals punkt habe jetzt gehe ich ein bisschen großzügiger mit schwarz drüber damit ich dann gegebenenfalls nachher noch mal mit dem weiß noch mal schöne highlight setzen kann und die dann noch mal besser ausarbeiten können dann sieht das noch mal gleich deutlich besser aus also das erste weiß ist bei gott jetzt kein kein fixes ding und es wird so gelassen das sieht ja schimmert ja eh noch alles durch jetzt habe ich natürlich noch vergessen da oben abzukleben aber ich habe es ja noch übrig gehabt und gott sei dank erklärt das dann immer noch schnell ans regal dann kann ich sogar solche sachen immer wieder benutzen einfach ein schluck aus meiner super dave saater fährt hasse schmeckt dass ich alles doppelt doppelt so gut und genau wenn ich das oben abgeklebt habe kann ich natürlich viel viel besser arbeiten und jetzt bringe ich da noch mal so ein bisschen ein bisschen bewegung rein ich möchte aber natürlich dass das geil so ein bisschen schon gelitten hat hier im wasser der soll einfach nicht aussehen wie frisch aus dem aus der haut gepellt sondern der soll schon so ein bisschen hier schon so ein bisschen abgefuckter sein und das sollte man ruhig aussehen und deswegen kriegt er von mir nachher auch noch auf jeden fall noch so ein bisschen mehr struktur bisschen mehr so dieses sag ich mal eher richtung steinige und ja so algen behaftete look aber ich übertreibe es natürlich auch nicht so extrem so mach das nur so ein bisschen und dann könnt ihr das nehme ich da einfach ganz gut sehen und genau so arbeite ich mich da jetzt einfach so ein bisschen voran es ist halt bei sowas habe ich halt einfach ein gutes gespür weil ich glaube ich auch einfach schon verdammt viele bilder gemalt habe da kriegt man dann generell irgendwann einfach ein handling so für licht und schatten für ja für so eine gewisse optik die man halt selber im kopf hat und wenn man das einmal hat dann kann kann man kann einem das auch niemand mehr nehmen und dann wird das immer zwangsläufig besser ist aber wie alles andere auch einfach reine übungssache deswegen steckt den sand nicht in den sand nicht in den kopf steckt den kopf nicht in den sand wenn es bei euch nicht gleich so klappt das airbruschen ist sehr komplex mit der benutzung der pistole das einstellen des drucks der farbe etc und am anfang ist es wahrscheinlich ist unwahrscheinlich schwer erst mal einen geraden strich zu malen oder einen konstanten strich zu malen also wie gesagt fakt euch da selber nicht so ab wenn das nicht gleich so 100 prozent läuft einfach schön die sachen üben die ich euch anbiete übt viel selber mal bilder umso mehr bilder ihr mal umso besser versucht eben weil die übungen mit den geraden strichen der strokes formen ausmalen alles was euch hilft so farbverläufe zu kreieren punkte zu setzen gefühl zu kriegen wo kommt die farbe raus etc die sachen einfach versucht so gut wie möglich umzusetzen weil dann werdet ihr natürlich immer mit der zeit besser und wenn ihr dann irgendwann wieder projekt anfangen dann werdet ihr merken hoppla das geht jetzt noch mal deutlich viel viel besser und klar am anfang hat man noch einen haufen kindergang reiten verstopft einem ständig die gannen und dann passt das nicht und dieses nicht aber das ist völlig normale ging es da ehrlich gesagt kaum besser das ist glaube ich am anfang einfach so muss hier schon wieder was trinken das ist schon wieder so mundfuselig das ist am anfang ganz normal geht mir teilweise auch nur so dass manche sachen einfach nicht funktionieren normal einfach nicht so klappen oder mal nicht warum auch immer dann irgendwie eine kann mal wieder richtig ärgert und mich richtig auf die probe stellt also bis jetzt habe ich noch nie eine rumgeschmissen aber manchmal bin ich nicht mehr davon weit entfernt da kommt das den mäßige wieder durch naja da gehe ich dann doch lieber mal eine runde und laufen danach ist wieder alles gut meistens ist ja natürlich meine schulden und nicht des gerätes ja und dann seid ihr da kommt ihr da irgendwann auch dahinter und wenn ihr das dann mal gecheckt habt dann ist das eigentlich alles kein ding und wie gesagt macht er wasch kurse wenn ihr welche in eurer nähe habt das kann ich euch wirklich nur empfehlen ich meine das natürlich extrem widersprüchlich zu meinem kanal aber ich habe ja nicht die intention hier mit reich zu werden das wäre natürlich schon geil mal hier wenn das möglich wäre aber das wird es nicht dafür bin ich einfach zu realistisch genau dann ist das relativ widersprüchlich zu dem ganzen youtube geschichte hier ich meine ich möchte euch gerne helfen und ich hoffe meine videos helfen euch auch da bin ich krieg auch mal wieder feedback von euch das finde ich ganz cool mal richtig schöne sachen e mails und facebook und instagram und 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 bei youtube und so und mich freut das dann richtig wenn ich merke dass ich euch wirklich damit helfe und viele schreiben auch dass es tausendmal besser ist als irgendwelche kurse das natürlich immer die crux ihr braucht natürlich kurse die gut sind das kann man im vorfeld natürlich meistens auch nicht unbedingt feststellen aber so ein airbrush kurs hilft euch in der regel deutlich besser weil da einfach die person direkt vor ort ist die euch dann wirklich direkt helfen kann vor allem wenn ihr dann probleme habt oder so das war bei mir tatsächlich so ich hatte dann hier den kurs bei spencers design in rabensburg müsste das glaube ich gewesen sein ja und der typ der war halt richtig geil drauf der hat das richtig hier richtig gut beherrscht das airbrushen der hat auch richtig geile bilder gemalt euch natürlich erstmal auf der internetseite geguckt so was liefert die person ab das ist immer gar nicht schlecht schon mal so ein indiz wie gut zu den personen ist das würde ich euch vielleicht doch empfehlen da einfach mal auf die webseiten zu gucken wenn da natürlich hier sagen wir mittelmäßigere bilder sind oder eher schlechtere dann sucht euch lieber einen anderen kurs oder lasst dann lieber sein das geld ist natürlich nachher glaube ich dann nicht so sinnvoll investiert da kann der nils glaube ich auch ein chaos nimmt auch ein lied von singen aber mein kurs war mega gut muss kurz machen der war mega gut er hat mir richtig viel geholfen danach ging es mir viel viel besser mit dem airbrushen allgemein und ich durfte auch mit meinen ganz dort brachen also ich hätte welche zur verfügung gestellt bekommen aber ich habe meine eigene mitgebracht hat perfekt so kann ich dir direkt helfen was nicht gepasst hat und bei einer hat schon was nicht gepasst und er hat dann drüber geguckt hat gesagt guck mal her hier ist problem x hier ist lösung y ganz einfach aber wenn man es halt nicht weiß dann wissen es macht dann guckt man natürlich da ein bisschen dumm aus der röhre aber hat mir wie gesagt super geholfen und kann ich euch nur empfehlen mal einzumachen vielleicht hilft es dann euch dann noch mehr und dann dürft ihr natürlich gerne wieder zu mir zurückkommen oder besser gesagt einfach dabei bleiben macht zum mutaten nein aber es hilft wirklich kann oder kann helfen aber wie gesagt ihr braucht wirklich einen gescheiten airbrusher der euch da auch was gescheites beibringt und nicht so ein käse oder so also gibt es viele schwarze schafe einfach in dem business wie ich schon gesehen habe genau aber deswegen erzähle ich euch ja das ganze an hoffen dass ihr mir auch schön brav zuhört und mir alles glaubt und dann sind wir da schon safe und jetzt schaut jetzt habe ich das ja vorhin gesagt jetzt nehme ich wieder das weiß und arbeite wieder schön ein bisschen in das schwarz hinein macht gleichzeitig noch ein paar highlights jetzt gleichzeitig aber da noch mal andere farbebenen rein weil ich jetzt immer so ein bisschen leicht in das schwarze rhein nebel ergibt sich natürlich automatisch ein schöner grauton und in dem so einem step dann einfach zu viel weiß gibt ja dann geht ihr noch mal ganz leicht mit schwarz in die tiefsten stellen rein könnt ihr noch mal ein bisschen die schwarzen stellen rausziehen und dann ist das auch wieder gar kein so großes problem mit dem ganzen und deswegen mag ich die technik so oder die herangehensweise eigentlich ganz ganz gerne jetzt hier ich mache mal aufnahmen nach dem essen immer fressen wie ein schwein und danach aufnahme machen das ist sehr kontraproduktiv würde ich mal behaupten aber mit vollem magen spricht sie es leichter ja oben die maskierfolie wird natürlich jetzt schon hätte schon hin und her geklebt etc hat auch nicht so eine starke klebekraft soll es auch gar nicht haben die die möchte jetzt natürlich langsam nicht mehr so auch generell maskier folie auf der leinwand das mal ein bisschen kritisch nicht alle heben da richtig gut weil die geriffelte oberfläche von der leinwand und eben das faserige auf dazu neigt die folie eigentlich dass die folie halt keine so gute klebekraft hat das ist halt immer so ein bisschen ja kann manchmal nerven wenn man da eine hat die vielleicht noch schwächer klebt oder so aber müsste auch mal ein bisschen rumprobieren oder ihr arbeitet auf alle die bonn platten oder auf irgendwelchen anderen metalloberflächen ist natürlich dann eigentlich das geilste manche hat eigentlich selten weil die scheiße einfach zu teuer ist mir zu teuer und alle die bonn platte danach für keine ahnung 20 euro oder so ein eine rauszulassen ist mir einfach nee ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt noch ein paar blech bleche im keller unten aber die die müsste ich eigentlich nur noch vorbereiten dann eigentlich abschleifen und vielleicht noch schwarz lackieren vielleicht dann wenn ich es schwarz haben möchte oder auch nicht oder halt einfach nur ja ich müsste eigentlich nur noch vorbereiten genau zu faul bin zu faul aber ich habe eigentlich mal wieder richtig bock auf metall zu arbeiten vor allem das ding danach wieder zu lackieren das gibt dem bild noch mal so ein extra bumms wenn das einfach schön so eine richtig schöne klar lag schicht darauf hatte und ich meine ich habe in der garage einen guten kompressor und es hat da minijet lackierpistole und kann das immer selber machen dann wirken die bilder immer noch ein ticken geiler wenn da einfach die ganze geschichte unter dem lack ist und habe ich eigentlich so richtig bock drauf aber ich wüsste jetzt auch halt gesagt hat nicht was ich drauf machen wollen oder sollte und muss ich einfach mal so ein bisschen gucken jetzt habe ich habe ich gerade noch so viel zeug was ich machen kann das pinstriving habe ich noch ich habe noch das flame set von der er wasch color für was ich auch noch unbedingt mal ausprobieren will noch mal ein bisschen bei flammen abkacken weil das ist ja nicht gerade so meine spezialität aber deswegen mache ich es auch mal wieder gerne um es einfach zu üben bei sachen zu machen die man kann das ist einfach aber so an sich an sachen anzusetzen die man nicht so gut beherrscht dann dass das halt wieder üben oder übe ich auch so warum halte ich das ding jetzt hier rein ich habe aber fälschlicherweise gedacht dass das ding vielleicht auch als sprengtee kappe genutzt werden könnte aber das sind ja eigentlich nur die dinger die ausgeliefert werden bei der hard on steam weg damit die nadel nicht während des transports kaputt geht aber ich habe so was ähnliches mal bei der anderen pistole dabei gehabt und habe mir gedacht ja vielleicht lässt sich das ding ja auch so ein bisschen zweck entfremden für das ganze weil ich jetzt hier ein bisschen in dem skall sprengen will damit der a struktur kriegt und b so ein bisschen er schon so versteinert oder steiniger aussieht und ich habe mir gedacht ich wir das hier einfach mal aus habe festgestellt ja das bringt halt gar nichts es ist halt nicht scheiß und ich habe ja leider jetzt noch nicht die gleich mal korrigieren habe ja hier die die warte hp bh noch nicht gehabt und die hat ja nämlich unten schön regulierer dran wo ich ganz einfach die sache selber machen kann den druck so unterregulieren kann dass die hat richtig schön sprengt und ich habe auch hier jetzt noch noch nicht den luftverteiler dran gehabt den habe ich ja auch noch dran gebaut findet ihr alles übrigens auf dem kanal könnte gerne anschauen ja da hat ja auch noch so blöden alten textilschlauch der sich hat einfach scheiße knicken lassen muss man ganz ehrlich sagen wie es ist und mit dem was sprengen hat auch beschissen und dann musste ich immer zum pinsel greifen ich habe keinen bock auf dem pinsel weil das ist teilweise ist so so ja unvorhersehbar das gesprengtel dass es eigentlich schon mit der gun machen wollte und ich weiß nicht da habe ich jetzt wieder rumprobiert und hätte natürlich jetzt auch am am kompressor den druck unternehmen können und dann eigentlich sprengteln aber dann hätte ich mein arm zum kompressor unterstrecken müssen ich wurschtel doch lieber jetzt hier wieder rum und faulheit ob siegt es ist nicht mal wirklich die faulheit glaube ich bei mir sondern einfach ich möchte einfach am am projekt bleiben ich bin dann immer so mein ding drin und mich nervt es dann an wenn ich dann irgendwie davon weg muss und wieder irgendwie xy zu machen deswegen ist das so aber jetzt hier habe ich jetzt gerade so halbwegs das sprengen kommt so halbwegs durch passt jetzt und ja ist jetzt gott sei dank mittlerweile geschichte durch die schöne iwata kann ich das jetzt kann ich sprengeln wie ein sprengel meister you sprinkled und dann kann ich es einfach besser dass ihr noch hier spritzt teilweise doch noch ein bisschen hart raus und dann spritzt da den ganzen schädel voll und an stellen wo ich es nicht haben will so dass ich noch mal ein schluck wasser hier nicht hier konstante meine 20 minuten schon durch quatsch für euch schön aus der caroline dass sie bin abgehört so oder was mache ich denn jetzt ich sprengel mit schwarz sprengel einmal mit weiß einmal mit schwarz damit dass beides wenn man nur mit weiß sprengel dann kriegt das nicht so den steinigen effekt sollte man tatsächlich auch mit einer anderen farbe mit einer hellen farbe sprengeln und sieht das immer gleich deutlich besser aus hier fragt mich gerade wieder voll ab mit der weiß weil die düse sind sich auch beschädigt und da funktioniert sprengel dann sowieso nicht so gut dann habe ich gleich wieder tippt drei und bin da kurz wieder am randalieren und zück jetzt den pinsel wieder notgedrungen weil es mich anscheißt und macht das jetzt schnell so ist dann doch die schnellere und gescheitere wahl aber wie gesagt ist gott sei dank mittlerweile geschichte und genau ich nehme tatsächlich auch noch eine schablone nachher für alle die meinen dass ich keine schablonen benutze oder so oder absoluter schablonen hasser bin das ist natürlich nicht der fall ihr säckel sondern ich habe eine schöne struktur schablone die ich jetzt hier nachher noch ein bisschen benutzen werde um das ganze noch ein bisschen ein bisschen mehr mehr raffen look zu geben und das sind schablonen richtig sinnvoll weil sowas finde ich sehr richtig sinnvoll mal so texturen oder oder für harte kanten freihandschablonen gehören sowieso zum russian dazu um mal kurz einzuhaken damit ihr mal nicht denkt dass ich die dinge an ich benutze ich benutze ja viel ihr seht es ja selber mal bei vielen projekten benutze ich eine freihandschablone wenn ich scharfe kanten brauche aber auch das versuche ich tatsächlich so gut wie es geht zu vermeiden damit einfach spilt so er hat damit ich auch so gut wie möglich viel dran man kann natürlich auch ganz feine linien und abgrenzungen produzieren mit der freihand ist zwar voll aufwendig und schwierig ist natürlich nie so krass wie mit einer lineal oder weiß der geil was aber damit lerne ich halt einfach besser mit dem airbrush gerät umzugehen und deswegen setzt am anfang die schablonen mit bedacht ein dann habt ihr einen besseren übungseffekt einfach und lernt einfach schneller besser zu werden das ist auch ein bisschen so die idee bei den ganzen übungsblätter die ich euch anbiet da habt ihr einfach eine feste vorlage leicht abgekraut und dann arbeitet ihr am besten fall auch einfach wie ich mit der waschpistole frei drüber hast es sinn und zweck der sache am besten nicht abkleben oder viel ja abmaskieren oder so weil das verfehlt in sinn ihr könnt ja solche übungsblätter öfters benutzen und euch da mal anprobieren und so da werdet ihr tatsächlich nachher wirklich da schuld ihr nachher das ganze handling da werdet ihr tatsächlich besser und nicht durch ständig ab abmaskieren abkleben das schablone benutzen da übt ihr das freie frei jetzt freie malen einfach nicht so ich meine könnt ihr könnt ja viel üben und nachher trotzdem viele schablone benutzen ist ja gar nicht so wild aber dann habt ihr wenigstens das richtige handling auch die gescheit aus zu benutzen übrigens habe ich hier oben grad voll verkackt da hat das so ein schwall rausgeschossen aus der aus der evolution die ich jetzt mal wieder genommen habe obwohl ich die vorhin die ganze zeit nicht benutzt habe ich weiß jetzt auch wieder warum ich das gemacht habe weil ich einfach so rausgerotzt hat aber das können wir jetzt alles noch ein bisschen korrigieren gesät hier so eine leichte strukturschablone ich glaube irgendwann mal vor eonen von jahren gekauft bei amazon für fünf euro oder vier oder drei so billig dinge und es zerfällt auch immer mehr aber es erfüllt noch so halbwegs sein zweck ich benutze ja gott sei dank auch nicht so viel das ist jetzt arg schneller kaputt geht es ist nämlich nur dickeres papier und das ist natürlich saugt sich voll ist an oben ist natürlich käse ja und genau bevor wir jetzt hier groß mit der schablone anfangen mit er möchte ich ja highlighten und highlighten tun wir erst nachdem wir den ganzen eingefärbt haben weil wir wollen ja noch eine weitere tiefere schicht produzieren die sich ein bisschen abhebt vom rest vom skyline das schaffen wir natürlich nur wenn wir den jetzt schön einfärfen und dann nehmen wir natürlich das gleiche türkis was ja schon fertig ist von der schminke das transparente und malen den einfach von oben nach unten schön ein und können den schön durchziehen das türkis reicht ja auch eigentlich fast bis nach unten über den skall und deswegen können wir den schön großflächig ein nebeln und haben da keine probleme einfach schauen dass es einfach stimmig ist ungefähr von der helligkeit her zum rest passt also sollte natürlich auch nicht zu dunkel sein weil sonst kennen wir natürlich gar nicht das kann es natürlich auch nicht so wie das wasser müsste ist eigentlich ein ticken heller einfach dadurch dass natürlich da auch das licht stärker reflektiert ist auch ganz normal darf sich da auch ein stück weit abheben aber wie gesagt er soll ja dezent im hintergrund sein und deswegen mache ich den da jetzt habe ich den so farblich eingefärbt noch mal kurz abgecheckt ob das jetzt alles schön passt auch zum horizont oben ob das wasser schön dazu passt und für gut befunden und in dem fall abgezogen aber erst mal nur auf seite gelegt falls sich die das stück ausgeschnitten stück noch mal brauche und das habe ich jetzt eben noch mal schnell gemacht weil ich säcke mehr gedacht habt du hey wo ich will ja noch highlighten was machen wir jetzt überall ich glaube ich habe tatsächlich hier mal wieder so ein punkt gehabt ist tatsächlich einmal wieder ein stück weit vergessen habe die kamera anzumachen deswegen an ein paar stellen habe ich schon gehighlighten noch mal mit türkis eingefärbt das seht ihr jetzt natürlich unten am jochbein und am auge und an den zähnen und überall so ein bisschen hat das natürlich noch mal eine deutlich bessere farbtiefe gegeben ich habe es tatsächlich schon gemacht käse habe ich vergessen tut mir leid habt ihr jetzt nicht gesehen müsst ihr euch vorstellen ja ihr seht jetzt hier so ein bisschen am bank noch überall wo ich es aufgelegt habe ein bisschen hinten am schädel ein bisschen an den flächen ein bisschen da hier ein bisschen stärker da ein bisschen weniger und dann einfach noch mal nachgefärbt mit dem türkis und so habe ich natürlich noch mal eine tiefere schicht weil beim zweiten übergang mit dem türkis wird das vorige zur kise natürlich dünkler und die weißen highlight stellen die wir gesetzt haben mit der schablone die bleiben natürlich die bleiben natürlich ein bisschen hell türkis und so sieht das natürlich deutlich tiefer aus und dann ist das nicht schlecht und hier erstmal wieder schön tippt drei auch die düse natürlich kaputt ich habe ja alle drei geschrottet wie ich die geschrottet habe wisst ihr ja am teil 1 habe ich das glaube ich schon erzählt oder teil zwei nicht gar nicht und da bin ich jetzt wieder hier schön am rumdoktern ich hätte es auch einfach sein lassen können das war ein freitag einfach bis montag warten können dann hätte das auch gepasst aber mal schnell das türkis gezockt und wieder eingefärbt und da bin ich manchmal so ein säckel muss einfach fertig machen obwohl es völlig bescheuert ist ich gebe jetzt hier noch mal so an den stellen wo ich schon ein bisschen der schablone noch mal gearbeitet ich noch mal ein bisschen nach ich gebe dem ganzen jetzt noch mal so ein bisschen an den stellen wo ich meine dass noch mal so ein bisschen das licht am stärksten drauf knallt gebe ich dem ganzen noch mal so ein bisschen bisschen highlights aber die struktur machen sich von hand weil mit der schablone natürlich auch möglich aber das sehe ich einfach nicht wo ich mal weil die schablone einfach zu viel abdeckt dass ich dann irgendwas einfärbt was ist oder einmal was nicht angemalt werden sollte ist natürlich hoch deswegen machen wir das natürlich auch wieder schön mit der freihand so wie sich das gehört und da habe ich einfach die bessere kontrolle und kann das halt auch gescheiter umsetzen ihr seht das wird jetzt schon langsam richtig geil der kriegt schon so richtig schön roughen abgefuckten look so wie ich den gerne haben möchte und irgendwann habe ich mir auch gedacht okay ich könnte noch mehr details noch mehr tiefe ich meine wenn man sich da mal mein skull anguckt in schwarz schwarz-weißen da da könnte ich detailltechnisch hier natürlich noch einiges mehr dran machen wenn ich denn lust lust habe aber es ich glaube es lenkt uns nachher auch zu sehr vom high ab deswegen halten wir uns damit ein bisschen bedeckt aber hier kommt tatsächlich doch noch mal ein bisschen die schablone zum einsatz dann seht ihr das tatsächlich doch noch ich habe mir da auch so ein bisschen die feinere struktur bei der schablone rausgesucht nämlich den oberen teil da den benutze ich da jetzt überwiegend das nehme ich so ein bisschen unwillkürliche struktur die dann eben recht natürlich aussieht und die kann ich dann da sinnvoll einsetzen und dann passt das wieder gott sei dank hebe ich natürlich so ein fetzen da bei so einem projekt immer aufheben für das projekt danach geht es natürlich wegschmeißen braucht kein mensch mehr aber bei so einem am besten immer auf die seite kleben und dann wenn jetzt dann doch noch mal braucht dann habt es gleich griffbereit und habe da keine probleme und jetzt wird es doch schon langsam geil machen natürlich nachher noch schwarz noch so ein bisschen muss noch so ein bisschen zeug was darauf hängt aber das einfach noch ein bisschen gruseliger aussieht und bisschen noch mehr nach nach ein paar jahrzehnten im wasser und das sieht das schon nachher gleich noch meine spur ganz anders aus ich hier highlight ich tatsächlich jetzt nur noch also hier sind nur noch schön highlights gefragt und die nebeln wir danach auch noch mal mit türkis ein bisschen ein aber nur ganz ganz dezent damit das eben sich noch mal ein bisschen mehr an das ganze anschmiegt im wasser und wir wollen wir wollen jetzt natürlich nicht solche harten highlights lassen das sieht natürlich auch recht würde da sonst glaube ich zu zu unrealistisch aussehen ganz ehrlich deswegen fahren wir nachher noch mal ganz leicht hier mit dem türkis von weit weg damit das einfach kontrollierter schöner sprühnebel gibt den wir dann bewusst wollen dass wir dann einfach nur damit arbeiten und das ganze einfach wie gesagt nur leicht einfärben und dann passt das nämlich auch und dann dann sieht das nämlich gleich ganz anders aus damit so was müsst ihr einfach spielen zur farben müsst ihr spielen mit dem transparenten müsst ihr spielen das müsst ihr alles ausprobieren probiert sowas immer aus macht bei euren projekten natürlich am anfang macht er am besten alles nur mit schwarz weiß das einfacher für euch einfach mit der kann umzugehen und so macht nicht gleich 20 farben oder gleich mit deckenden das ist meistens erfahrungsgemäß das was dann schwieriger zu bewältigen ist und dann einfach ja schwieriger zu machen ist und deswegen schaut da einfach ich habe übrigens gerade hier wieder das transparente ultramarienblau drin habe die zähne jetzt noch mal abgedunkelt unten und unter dem wangenknochen überall wo noch mal die schwarzen stellen sind um da in das türkis rein noch mal eine farbliche ebene rein zu bringen damit das noch mal ein bisschen krasser aussieht und noch ein bisschen schöner aussieht und einfach da noch mal so ein bisschen auch den schatten simulieren vom schädel dann ist das das wasser natürlich nicht so türkisblau wie oben wo die helligkeit über drauf kommt und da haben wir dann nicht einfach noch mal schön noch mal schöneren effekt und das ist eigentlich schon ganz geil wie gesagt nachher noch mit dem türkis ich weiß gar nicht ob ich das tatsächlich auch auf kamera aber die highlights nehme ich da auf jeden fall noch unter kann auch sein dass sie die dann irgendwann mal runter genommen werden wir im high sind sieht man das dann halt nicht mehr so gut da bin ich ja jemand der gerne hin und her springt ich meine ich nehme euch gerne mal daran aber ja die gefahr dass dann ihr manchmal was nicht seht ach da kommt doch schon daneben ich glaube ich ja genau hier richtig schön von der ferne ganz leicht übernehmen soll wirklich nur ein bisschen runter gehen und somit haben wir hier schon wieder eine farbliche andere stufe wieder mit drin und so kann man im bild die detailtechnischen die tiefe aufbauen und das gilt für alle herangehensweise wenn ich da jetzt noch mal die rose von matheon matheon das ist glaube ich ich heiße hier noch mal meton oder mietend meton wie spricht man das aus ich weiß es nicht ich bin so ein bauer auf jeden fall bei der rose ist das genau das gleiche wenn du die natürlich einfärbst nimmt das natürlich die details runter wenn man die mit schwarz weiß vorgelegt hat dann muss man in der regel immer noch mal weiß ebenen einbauen und die noch mal einfärben weiß ebenen einbauen einfärben dann kriegt das bild noch mal eine gewisse andere tiefe und dann kann man mit schwarz auch noch mal schwarz ein bisschen nachziehen weil das geht dann meistens auch noch ein tick verloren und dann sieht das bild nachher gleich wieder viel viel realistischer aus und schöner aus wenn man da eben noch mal so eine mehrschichtige tiefe einbauen aber das ist halt alles übungssachen das muss man alles sich selber muss man das rausfinden einfach ja ich habe sowas natürlich auch nicht einfach gemacht weil ich es gemacht habe weiß gut weil es unlogisch war sondern ich habe tatsächlich einfach ausprobiert ganz viel ausprobieren und ja das müsst ihr einfach machen und da einfach schauen ich meine ihr habt jetzt gott sei dank ja mich kann ich euch wenigstens schon gleich sagen wie man es machen kann und dann ist das eigentlich gar kein problem jetzt machen wir natürlich hier ziehen wir noch schöne dagger strobes zum beispiel wieder hier simple also nicht simple aber so eine grundtechnik mit der wir jetzt hier wieder arbeiten die deckerstrokes also die striche nach unten die oben dick sind und nach unten werden die deckerstrokes immer dünner und kleiner das sind deckerstrokes mit denen arbeiten wir jetzt hier und ziehen das eben runter und machen dann eben dadurch kreieren wir eine ganz coole optik und das ist eigentlich wie gesagt jetzt so eine grundtechnik was meine ich wenn ihr die grundtechnik beherrscht dann beherrscht ihr auch ganz viel im airbrush bereich und könnt ganz viel machen aber erst mal das zu beherrschen ist natürlich viel übung aber wenn ihr sowas zum beispiel einfach viel übt deswegen habe ich das auch bei dem einen freihand tutorial mit drin punkte und striche setzen und das labyrinth da sind die deckerstrokes auch mit dabei einfach sachen sind die ich wichtig finde wenn ihr sowas gut könnt dann habt ihr schon die halbe miete würde ich mal sagen weil wenn ihr so eine technik beherrscht dann tut sie euch natürlich mega leicht und können sie da viel viel besser und sinniger mit arbeiten und ich muss jetzt natürlich nur aufpassen dass ich das bild damit nicht überladet das ist halt alles noch stimmig aussieht aber wie gesagt ohne ohne referenzbild entscheidet es einfach so wie ich dann lust habe ich habe mir gedacht hier ich mache die deckerstrokes auch noch so ein bisschen dran kleben an der fläche muss ja nicht nur zwangsläufig dings rum sein dann sieht das auch noch mal ein bisschen cooler aus ein bisschen über den wangenknochen runter hängen und so schon geil eigentlich hätte ich noch unter den schädel da unten ist jetzt mir so anguckt hätte ich vielleicht noch so einen ganz leicht schemenhaft noch einen zweiten high andeuten soll das wäre irgendwie cool gewesen der da hinten so rumschwimmt und der andere eben nach vorne kommen ich glaube das wäre auch noch mal ganz cool gewesen aber hinterher ist man immer schlauer ihr wisst ja bescheid so jetzt quatsch ich schon 38 minuten am stück ich hoffe der pc stürzt nicht ab dass vorhin einfach mal schön während ich mitten meine abschlussarbeit schreibe abgestürzt einfach richtig abgekackt und irgendwie waren fünf seiten verloren jetzt hatte ich gerade so gar keinen bock mehr die fünf seiten noch mal zu schreiben obwohl ich sie jetzt ja effektiv im kopf habe ich mir dachte nee scheiß drauf da habe ich jetzt gar keinen bock scheiß lernerei kann mir gerade mal richtig am sack vorbeigehen und jetzt nehme ich lieber auf und mach was anderes aber wenn das ist jetzt ja auch noch passieren habe und dann drehe ich durch ich speichere mal kurz ab sodale abgespeichert dann ich bin glücklich und happy happy day oh happy dave die dada da dada da bada die boo entschuldigung für diese wie das Grauen, was ihr gerade hören musstet von mir. Ach, ich freue mich schon wieder auf die Live-Geschichte. Ganz ehrlich, taugt mir irgendwie. Kann ich zwar nicht so oft machen, aber habe ich irgendwie Bock drauf. So, jetzt sieht der da schon mal nochmal viel geiler aus, oder? Ich finde, das sieht jetzt gleich nochmal so viel cooler aus mit diesem Algenmäßigen und dem Moosbehangenen und richtig abgedreht. Sieht jetzt schon richtig geil aus. Und jetzt, was machen wir jetzt? Holen wir erstmal unseren Fetzen zurück, den wir Gott sei Dank immer noch aufbewahrt haben. Ich sage es euch ja, aber sowas kann man nicht oft genug sagen. Legt es kurz auf die Seite, klebt es irgendwo hin, wo es nicht verklebt. Und dann kann man es nutzen. Wir machen jetzt natürlich noch wunderschöne Lichteffekte rein. So schön die Sonne, die von oben noch so ein bisschen durch, dass sich die Wellen bricht. Das ist auch natürlich nicht ganz so ist natürlich nicht ganz so wie soll ich das jetzt sagen? Hirn, hilf mir hören. Das ist natürlich ein bisschen unwillkürlich. Also nicht nur gerade Striche ziehen. Die Wellen sind natürlich auch, die brechen sich natürlich unterschiedlich. Und dann sind auch die Lichteinstrahlungen ein bisschen anders. Deswegen mache ich das nicht ganz so nah beieinander. Muss jetzt aber gleich mal sagen, hier direkt erstmal korrigiert, weil ich natürlich viel zu viel gegeben habe. Habe ich hier glaube ich die Farbe nochmal ein Stückchen mehr verdünnt mit einem Spritzerle Wasser. Und jetzt ziehe ich hier eben einfach nochmal so ein bisschen die Lichtstrahlen rein. Macht das nachher auch ein bisschen zu viel. Und dann nehmen wir das aber nochmal ein bisschen mit dem Turquise runter. Also nicht zu viel von Anzahl, aber einfach zu zu stark sichtbar. Also sowas ist natürlich immer ein Risiko. Das Bild schnell zu versauen. Also das kann so ein Punkt hier sein, der kann euch ganz schön schnell kann der Scheiße sein. Oder das Scheiße aussehen lassen. Und jetzt habe ich hier einfach nochmal geguckt. Okay, wie sieht das aus? Kann noch ein bisschen stärker sein, muss ich aber aufpassen. Das ist halt so ein Spiel mit dem Feuer. Aber ich fand es einfach noch einen Ticken cooler, das drin zu haben. Und ich fand das noch einfach einen Ticken realistischer einfach. noch so ein bisschen den Effekt mit reinzunehmen. Wir haben die Sonne ja nicht im Bild. Das heißt, wir haben die irgendwo über dem Skull oder hinter dem Skull, also hinter uns quasi irgendwo. Und dann können wir die Lichteffekte da schon noch mit reinnehmen. Dann ist das schon ganz cool. Viele machen natürlich so einen Lichteffekt mit einem Blatt Papier und malen das dann rein. Dann hat man natürlich eine harte Kante und dann nachher an einer Seite fadet es dann so richtig aus. Gefällt mir aber nicht. Bin ich ganz ehrlich, gefällt mir nicht und passt jetzt auch gar nicht hier in das Bild rein. Hätte ich das gemacht, würde das extrem die Optik die Optik stören, wenn ich da ehrlich bin, weil diese harte Kante dann einfach zu krass ist. Die passt dann einfach nicht. Das meine ich. Also man kann gerne Hilfsmittel nehmen, aber man muss es sinnvoll einsetzen. Und hier habe ich es jetzt gar nicht ausprobiert, weil ich gewusst habe, ja, das wird wahrscheinlich einfach viel zu unorganisch. Was hier jetzt einfach der richtige Mist ist, ist, dass die Gun einfach nicht will. Die ist natürlich Düse kaputt. Die habe ich jetzt natürlich schon, glaube ich, zweiten oder dritten Tag benutzt und zwischengereinigt. Und die hat jetzt so langsam gar keinen Bock mehr. Deswegen kommt die Farbe jetzt nicht so schön raus, wie ich das gerne hätte. Sie kommt nicht so smooth raus. Irgendwann kam auch wieder ein bisschen Farbe oben aus dem Griffstück, weil die ganze Scheiß nach hinten durch die Dichtung durchgelaufen ist. Und ja, das hat einfach nicht mehr. Es ist so ein Punkt, da hätte ich lieber aufhören sollen, aber ich habe es natürlich weiter durchgezogen. Ihr seht hier gerade kam noch mal stärkerer Strahl wieder raus. Weil das einfach, die ist einfach gerade durch. Die Gun ist durch und möchte eigentlich nur noch geputzt werden. Die sagt, Papi, bitte putz mich. Und ja, durch das Ganze sind da jetzt zu viele Striche drin, weil ich immer wieder drüber musste. Und dann, ja, habe ich mir jetzt gedacht, boah, nee, das sieht aber scheiße aus. Das habe ich jetzt scheiße gemacht. Gefällt mir gar nicht. Aber Gott sei Dank haben wir unser schönes Turquise. Und jetzt nehme ich noch mal ganz leicht von unten nach oben weg. Diese Lichtstrahl noch mal ein bisschen runter. Ich gehe auch nicht bis ganz nach oben, sondern oben soll das ruhig weiß sein. Aber ich nehme die jetzt einfach von der Intensität noch mal ein Stück runter. Und sowas liebe ich beim Airbrushen. Das ist für mich einfach geil, da on the fly noch mal ein bisschen drüber zu gehen, noch ein bisschen was zu machen. Und dann kriegt das auf einmal direkt einen anderen Drall. Und sieht auf einmal wieder richtig, richtig nice und richtig geil aus. Und dann habe ich mir gedacht, so cool, so gefällt mir das doch wieder. Oder hätte ich jetzt mit der gescheiten Pistole, die jetzt nicht so rumgezickt hat, hätte ich das auch so hinbekommen. Aber, ja, wie der Gott halt will, wollte sie nicht. Und dann habe ich das gelassen. Da bin ich noch mal so mutig. Und fahrt tatsächlich noch mal ein bisschen nach. Ganz dezent, Kollege, ganz vorsichtig. Mach das noch mal so ein bisschen, ja. Und oben einfach noch mal so ein bisschen die Highlights rein. Aber das war das dann auch wirklich. Und so fadet das nach unten schön aus. Sieht cool aus. Hat einen coolen Lock. Wir verbinden das natürlich jetzt mit der Oberfläche. Weil durch die Abmaskierei können wir natürlich nicht genau bis zu dem Punkt hin, wo die Gischt und die Wellen eigentlich oben da gebrochen sind, direkt drauf. Deswegen wichtig, hier noch mal ein bisschen nachzuarbeiten. Wir werden sowieso die Kante noch mal deutlich verstärken mit mehr, mit einem stärkeren Weiß und auch ein bisschen mehr Gischt und allem, damit das einfach noch mal gischt. Aber ich kann den Scheiß nicht aussprechen. Verdreht mir die Zunge. Damit das einfach noch mal ein bisschen stimmiger aussieht und auch diese Kante einfach noch mal ein bisschen schöner rüberkommt. Machen wir die nachher noch mal ein bisschen stärker. Gibt dem Ganzen einfach noch mal das gewisse Etwas. Und da habe ich jetzt, glaube ich, die noch mal ein bisschen stärker gerade durchgeblasen. Noch mal ein bisschen hier mit Glasreiniger noch mal ein bisschen kurz Power gegeben, damit die noch mal ein bisschen smoother wird. Und ich glaube, jetzt funktioniert es sich schon wieder um einiges besser. Aber genau, bei sowas einfach mega aufpassen kann eben, wie gesagt, schnell. Nicht so geil aussehen. Darf sie sich nicht vergessen, am Ende kommt noch Firnis drauf. Und liebe Leute da draußen, Jungs und Mädels, jung und alt, haut auf eure Bilder Firnis drauf. Auf Leinwandbilder natürlich. Auf so einem Papier und so ist das sinnlos. Das Papier ist in der Regel viel zu dünn. Und kann damit nichts anfangen. Aber auch so einer Leinwand Firnis drauf machen. Das bringt es auf jeden Fall. Es bringt es. Warum? Weil Firnis das Ganze nicht nur schützt und UV-beständiger macht. Und einfach resistenter. Sondern es bewirkt auch noch mal, dass die Farben viel, viel satter werden. Die Kontraste werden noch mal deutlich schöner mit einem Firnis. Das gibt dem ganzen Bild noch mal wieder ein bisschen die, nimmt so ein bisschen die Mattheit raus und gibt dem noch mehr Bums. Wobei ich persönlich sagen muss, ich nehme immer seidenmatten Firnis, weil ich den hochglänzenden nicht mag. Bilder, die so hochglänzend sind, lassen sich halt auch scheiße abfotografieren. Das war schon immer so ein Problem. Aber mir gefällt es auch generell nicht so von der Optik. Also ich habe ein Seidenmatt genommen. Damit bin ich ehrlich gesagt ganz zufrieden. Matt, komplett matt hat es mir auch nicht gefallen. Also mit Seidenmatt laufe ich ganz gerne. Viele nehmen Hochglanz oder auch nur matt. Das ist ja wirklich komplett unterschiedlich. Aber wie gesagt, mir gefällt das am besten. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne benutzt an Firnis. Ob ihr eher den matten Firnis mögt oder den Seidenmatten oder eher den Hochglanz. Und schreibt gerne auch, warum. Würde mich wirklich interessieren. Aber wie gesagt, kann ich euch da nur empfehlen. Jetzt gehe ich hier doch noch mal ein bisschen mit dem Türkis. Das hat mir dann noch nicht gefallen. Das ist immer so ein Wechselspielen. Man muss einfach so lange dran rummachen, bis es wirklich einem gefällt. Das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste. Aber mit den Lichteffekten, finde ich, wirkt dann die Beleuchtung oder das Licht gerade am Wangenknochen einfach noch besser. Das wirkt einfach noch realistischer und einfach noch viel stimmiger. Das kauft man dann eher ab und sagt, ja genau, da trifft das Licht auch hin. Das ist auch ein bisschen heller etc. Und hat mir gefallen. So, jetzt kommt hier eine schöne Schwarzstelle. Oh, die muss ich rausschneiden, wenn hier. Ach, die ist so kurz. Misst du was, die lasse ich drin. Wir machen jetzt den Hai. Und wir nehmen eine Abmaskierfolie. Genau, wir nehmen eine Abmaskierfolie. Hier haben wir natürlich unseren Rahmen draußen. Und das weiß überall und da muss es auf jeden Fall richtig gut sitzen. Da wollen wir keinen Overspray haben und zwar gar keinen. Das schaffen wir natürlich nur, wenn wir es abmaskieren. Deswegen maskieren wir das jetzt hier an der Stelle ab. Da tun wir uns natürlich auch deutlich leichter. Und hier macht das auch wieder einfach nur Sinn. Also wenn sowas Sinn macht, dann benutzt das natürlich gerne und auch viel. Dann seid ihr da einfach safe. Versucht natürlich hier gleich so ein bisschen die Zacken von der Flosse oben zu nehmen. Die soll natürlich nicht einfach nur kerzengerade sein. Wenn man sich dann so mal Referenzbilder von so einem Hai anguckt, dann sind die Flossen immer so ein bisschen gezackt hinten oder abgefuckt oder eben durch, keine Ahnung, durch Kämpfe und durch die Zeit einfach nicht kerzengerade. Weil das sind immer so Sachen, da müsst ihr dann einfach ein Auge für haben. Einfach schon mit Sinn da rangehen. Da unten haben wir ein Stück vom Nasenloch. Das nehmen wir dann eben noch mit. Und einfach Sachen glaubwürdiger machen. Ein gerader Strich kann man auch machen, sieht aber halt dann einfach nicht so schön aus. Kostet natürlich auch gar nicht so viel Zeit. Also einfach immer schön die so viele wie mögliche Details mitnehmen, wenn ihr das könnt. Weil sowas bietet sich halt einfach an. Hier muss ich natürlich jetzt die blöden einzelnen Zähne da ein bisschen ausschnüpseln. Ähm, ja. Ist natürlich immer geficke und gefummel, aber hey. Kriegen wir schon hin. Normalerweise würde ich sowas natürlich jetzt auch im Liegen ausschneiden. Und natürlich jetzt nicht hier in der Senkrechten, wo mir die ganze Zeit die Staffel leider ins Giraffe fällt. Also das mach ich natürlich nur für euch, damit ihr das seht, aber in der Regel will ich das nicht so machen. Da legt die Sachen hin, da könnt ihr, da habt ihr natürlich einen viel besseren Druckpunkt für euch. Ihr könnt natürlich viel, viel besser das Ganze schneiden und läuft nicht Gefahr hier irgendwie rauszuschneiden oder durchzuschneiden. Äh, das ist natürlich, das passiert natürlich auch recht schnell, dass man da mal durchschneidet. Und hier hab ich gesehen, ja Junge, hast du ziemlich einen Scheiß gemacht. Hier hab ich, äh, die Flosse vorgezeichnet. Und hab tatsächlich unten rausgezeichnet. Und hab natürlich, äh, fälschlicherweise, äh, vergessen, dass das natürlich weiß bleibt. Und dann ist das natürlich scheiße. Für den High, hab ich ja gesagt, äh, hab ich ein Referenzbild und auf das schaue ich jetzt gerade immer wieder mal, weil jetzt die Kante mit der Maskierfolie doch recht, recht schwer zu erkennen ist. Äh, und ich möchte natürlich nicht, dass da die Optik irgendwie nicht stimmt und das orientiere ich mich da so ein bisschen dran. Aber mehr als das ist es auch nicht, weil, wie gesagt, das High-Referenzbild, äh, ist nicht annähernd so farblich und so vom Licht designt, wie ich das hier in dem Bild brauche. Deswegen, äh, wird's dabei bleiben. Aber es gibt mir trotzdem natürlich eine gewisse Richtung und das ist natürlich auch wichtig, ähm, damit ich auch ungefähr weiß, wo ich bin und stehe. Und dann, äh, passt das ganz gut. Natürlich noch die Heckflosse hier schön mitnehmen. Die hat natürlich so eine leichte Rundung, weil er natürlich nach links schwimmt. Das, äh, passt einfach ganz gut und sieht so cool aus. Ach, der High hat mir auch wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Muss man natürlich erstmal eine gewisse Grundfarbe reinbringen, weil er ist natürlich außen, ist er links, innen ist er blau und hat dann auch ein bisschen Nebel drin, dass man den einmal grau ein bisschen vorlegt, aber passt das. Jetzt sehen wir auch gleich, ob A, meine Cutterklinge schön frisch war und B, ob ich hier genug gedrückt habe oder nicht. Oh, aber schön, meine Armhaare. Yummy. Ein fetter Trizeps. Trizeps, Trizeps, Brachii. Ja, hier an den Zähnen natürlich nicht, das war mir schon so klar. Da hängt es dann ein, so kleine Fützler, aber wenn man da natürlich grob abzieht, dann reißt man den Scheiß natürlich gleich weg. War klar, dass es da hängen bleibt. So, aber der Rest geht fast weg. Bis auf hier unten habe ich natürlich wieder ein, zwei Punkte nicht ganz, nicht ganz so stark gedrückt. Aber, ganz ehrlich, lieber ziehe ich da nochmal ein bisschen nach, bevor ich, bevor ich zu stark drücke und in die Leinwand schneide. Das sieht man sofort, das sieht richtig scheiße aus. Beim Leinwandkarton ist das ja noch halbwegs vertretbar, weil es dann nicht gleich am Arsch ist. Aber bei einer normalen Leinwand, die hinten dran keinen Karton hat, da haben wir natürlich eine ganz andere Scheiße. Weil, wenn das Ding natürlich durchschnitten ist, und das ist mir leider auch schon passiert, dann ist das Ding am Arsch und kaputt. Ja, dann könnt ihr nichts mehr machen. Dann habt ihr echt verkackt. Und deswegen, ähm, Obacht. Wir heben natürlich das, äh, das Negativstück oder Positivstück, wie man es auch sehen will, von dem Hai auf. Weil wir müssen ja nachher noch die Schatten machen. Und dafür maskieren wir dann schnell den Hai ab, dann sind wir da auch safe und haben das, wenn wir den jetzt eh schon ausgeschnitten haben, dann nehmen wir die Schablone da. Also das Positivstück dafür auch und dann haben wir das gleich passend und dann sitzt das direkt gut. So, jetzt, äh, maskiere ich noch ein bisschen untenrum ab, weil wir natürlich hier jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr den Hai einnebeln und dafür, äh, habe ich keinen Bock jetzt hier Overspray zu kreieren. Und dann, da nehme ich mir lieber die 5 Sekunden und klebe das kurz ein bisschen noch ein Stück weit ab. Bin ich da einfach safe. Und dann passt das. Oben machen wir uns, glaub ich, wieder so einen Lappen hin. So einen Tesalappen hier, Krepplappen, wie, so aufgestellt, damit wir da eben, äh, die Kante, das eben aufhält, ist auf Spray. Und dann ist das nämlich schon gar nicht schlecht. Dann können wir jetzt nämlich hier schön den Hai machen. Jetzt haben wir natürlich hier die harte Kante, da müssen wir natürlich erstmal nachher richtig schön viel abcovern, damit wir auch nachher, ja, damit das auch nachher nicht mehr sichtbar ist. Und so ist es immer schwierig. Also eine Kante kann einem ganz schön das Leben schwer machen, gerade wenn man mit Weiß arbeitet, auch Schwarz, dann kann so eine Kante sehr, sehr lange sichtbar sein. Ob man dann nochmal drüber malt oder einfärbt oder wie auch immer, da hat man dann oft sehr, sehr starke Probleme. Deswegen entscheide ich mich jetzt nachher hier direkt mal mit einem Grau zu arbeiten. Nicht mit einem Weiß, weil ich glaube, jetzt habe ich noch original erstmal nur das Weiß drinnen. Ja, jetzt habe ich hier natürlich das Weiß genommen und dann habe ich mir gedacht, so, hm, macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, weil im weißen Teil kann ich natürlich nicht viel machen. Und vielleicht ist es sinnvoller, hier einfach Grau zu nehmen, indem ich glaube ich vier Teile Weiß und ein Teil Schwarz und habe mir gedacht, komm, lege ich lieber erstmal das vor, weil dann kann ich einmal das Blau abcovern, die Kante abcovern, kann aber auch gleichzeitig im weißen Bereich arbeiten. Und da erstmal so ein einheitliches Farbschema reinzubringen und auf dem Grau kann ich dann immer noch mit Weiß, mit Schwarz und mit Farben nachher so ein bisschen arbeiten. Also, das nehme ich mir da schon raus und das macht auch mehr Sinn. Deswegen mixe ich mir jetzt da eben so den Farbtonen, wo es dann einfach auch Sinn macht, weil ich natürlich jetzt mit dem Weiß wollte ich schon anfangen und habe gedacht, hey, ziehe ich durch und sage ich mir, naja, klar, Weiß. Links ist alles Weiß und ist sehr intelligent, das jetzt so zu machen. Deswegen nehmen wir doch da das schöne Grau, können wir doch machen und dann ist das doch easy peasy und dann macht das doch auch richtig viel Sinn und Spaß. Und dann kann man nämlich da loslegen. Und da werden wir auch erstmal recht großzügig das Ganze vorlegen. Man muss natürlich aufpassen, dass man das nicht einfach komplett einfärbt in dem Grau, weil dann wissen wir natürlich nachher nicht mehr, wo die ganzen vorgezeichneten Sachen sind. Und dann wird das auch wieder schwierig, da die Form zu finden. Deswegen nehme ich mir, mache ich das so, dass ich das noch trotzdem noch erkennen kann, indem ich jetzt hier die grauen Stellen teilweise einfach ein bisschen knackiger vorlege und den Rest ein bisschen sachter. Dann habe ich natürlich wieder eine Kante, an der ich mich orientieren kann. Und hier eben, wie gesagt, arbeite ich dann etwas stärker und dann schön weiter. Hier schön wieder Tip Dry, schön wieder abgefurzelt. Und wenn ihr das nicht könnt, nehmt den Pinsel bitte. Fingert nicht so an der Düse rum und verbiegt euch das Scheißding. Nehmt einen Pinsel, habe ich ganz lange gemacht, ganz am Anfang, auch nach dem Airbrushkurs. Das hat mir dann der Airbrusher beim Airbrushkurs gezeigt. Ich habe einfach immer ein pottig Wasser nebendran gehabt, einen kleinen Pinsel. Und habe dann zwischendrin einfach kurz die Düse vorne Wasser rein, mit dem Ding vorne, mit dem Pinsel kurz einmal an die Düse ran. Kurz ein, zwei Drehungen gemacht, dann war das Tip Dry da auch weg. Und dann könnt ihr da ganz normal weiterbruschen, ohne Probleme. Und das kann ich euch als Anfänger nur empfehlen. Macht das auf jeden Fall. Seid ihr viel, viel safer, wenn ihr das natürlich so abhuppelt wie ich. Braucht man natürlich schon ein bisschen Erfahrung. Ich glaube, Herr Hardy hat mir schon mal erzählt, dass der am Anfang das auch so versucht hat, wenn sich, ich glaube, einige Nadeln geschrottet hat. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und das geht halt eben auch mega schnell. Generell, also die Nadeln gehen relativ schnell kaputt. Deswegen benutzt am Anfang am besten auch noch die Schutzkappe. Das ist ja gar nicht schlimm. Nehmt euch ein Wasser und Pinsel und dann seid ihr safe. Und dann könnt ihr da erstmal üben und machen. Braucht ihr ja nicht gleich hier ohne Schutzkappe und alles arbeiten. Außer ihr habt einfach die Ambitionen, das gleich anders lernen zu wollen. Kann ich euch natürlich nicht aufhalten. Ja, und wie gesagt, jetzt mache ich erstmal so die grobe Struktur und Striche. Aber ich sehe natürlich hier wieder die gezeichnete Linie nicht ganz so gut durch das Schwarz ringsherum. Deswegen nehme ich mir hier nochmal ein bisschen das Referenzbild zur Hand. Und ungefähr nochmal, welche Linien sind. Und da geht es so vor. Aber ich sehe jetzt schon, wir nähern uns, glaube ich, so langsam dem Ende. Ein paar Minütchen haben wir noch auf jeden Fall. Aber den Hai werden wir dann definitiv im nächsten Teil fertig machen. Und auch den Rahmen mit den Blasen und dem Ganzen und die Schatten. Da werde ich auf jeden Fall Teil 4. Ich glaube, damit machen wir es dann fertig. Wenn das jetzt nachher länger wie eine Stunde geht, ist mir egal. Aber ich glaube, dann nochmal ein Teil rausholen. Eine halbe Stunde geht aus 20 Minuten oder so. Das ist natürlich Käse. Außer das dauert jetzt nachher noch über zwei Stunden. Was ich jetzt nicht denke, werden wir das wahrscheinlich dann in der nächsten Folge dann komplett fertig machen. Und genau. Wir haben dann da einen schönen, sauberen Abschluss. Dann ist auch das Projekt schon wieder zu Ende, Mensch. Das geht immer so fix. Das geht immer manchmal so fix. Das schaue ich natürlich. Ich ziehe natürlich jetzt hier noch ein bisschen so die Linie vom Körper. Ich muss natürlich da auch ein bisschen einfach die Form des Haies erkennen und die ganzen Sachen schon vorher ein bisschen reinmalen. Passt das nämlich auch. Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, liken, abonnieren, alles Mögliche. Ihr kennt den ganzen Klatteradatsch. Einfach mal machen. Da freue ich mich natürlich drüber. Und schreibt mir gerne bei YouTube in die Kommentare. Mit der Algorithmus noch mal ein bisschen mehr was zu tun hat. Und wie gesagt, schaut gerne ins Discord rein. Könnt mir natürlich auch gerne Overlus da lassen, wenn ihr da Bock habt. Oder mal in meinen Merchantshop reinschaut. Ist alles in der Infobox. Da ist kein Nonsens drin. Mein ganzes Equipment etc. Und dann macht es ihr nichts verkehrt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann zum letzten Teil, zum Teil 4, wo wir das ganze Ding dann mal fertig machen. Und da freue ich mich schon auf euch. Und dann würde ich sagen, reingehauen und noch viel Spaß mit meinen ganzen anderen Videos. Und dann lire auf euch. Und dann nicht hör吧.